Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute LEGO City Set Nr. 60375. 153 Teile für 40 Dollar bzw. 35 Euro. Das Set ist schon ein bisschen älter, es ist im Januar 2023 erschienen und soll Ende 2024 end of life gehen, also vom Markt genommen werden. Also normale Lebensdauer von einem City Set, zwei Jahre. Manche sind sogar früher weg, da kommt ja immer mal wieder was Neues aus den gleichen Themengebieten. Es ist ein 4 Plus Set, was heißt das? Es ist einfacher zu bauen, größere Teile, einfachere Anleitungen. Ihr kennt das, nicht unbedingt das, was man sich vielleicht als Erwachsener erwartet, aber da ist ja die City-Reihe generell nicht so wirklich das Maß der Dinge. Da gibt es andere Themenbereiche in LEGO, die eher für Erwachsene geeignet sind. Was müssen wir bauen? Also wir haben drei Minifiguren, den Feuerwehrwagen müssen wir natürlich bauen und diesen kleinen Imbisswagen, der da Feuer gefangen hat, Popcorn scheint es zu sein oder was das auch immer ist und natürlich die Feuerwache, die natürlich sehr rudimentär ist mit einer Rutsche, zwei Betten, einem kleinen Kommandostand. Also nichts weiter Aufregendes. Aufregendes. Trotzdem für Kinder bestimmt ein ganz nettes Set. Ich würde sagen, lasst uns anfangen, die Vergnügen. . Bierusto. Bierläuhe Modell ! Bierläuhe Modell Bier knew das. Was wir haben gesehen? Bier Karten Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.